Ja, was waren wir verwöhnt von Wärme an diesem Wochenende? Über das Wetter, Jojo, werden wir auch noch reden. Heute bei uns in der Sendung und vieles mehr. Guten Abend, ganz herzlich willkommen erst einmal zu Brisant. Ja, doch erst einmal überschlagen sich die Dinge in St. Petersburg. Dahin deshalb zuerst heute bei uns in der Sendung. Es ist furchtbar, was wir heute Nachmittag von dort hören. Es ist wieder ein Tag, an dem Unschuldige sterben und verletzt werden. Diesmal war das Ziel die U-Bahn von St. Petersburg. Es ist von vielen Toten und auch von vielen Verletzten die Rede inzwischen. Erst war die Ursache noch nicht so ganz klar, aber inzwischen fällt immer wieder der Begriff Bombe. Wir tragen zusammen, was wir bislang wissen aus St. Petersburg. Ja, über diese möglichen Gründe werden wir noch reden. Es ist noch vieles offen zur Stunde. Jetzt gleich deshalb noch mal zu Goliné Atai in Moskau, die Land und Leute gut kennt und einschätzen kann, wie sehr so etwas das Land trifft. Goliné, den Präsidenten Putin haben wir gerade gehört, der sich jetzt schon geäußert hat und gesagt, man ziehe alle Möglichkeiten in Betracht. Was sind denn noch mögliche Hintergründe? Haben Sie dazu noch Neues gehört? Und es gibt noch Hoffnung für Ostern, das ist auch nicht schlecht. Diese Warnung ist nicht ganz neu, aber die Risiken bleiben. Und das, was passieren kann, das sehen wir hier immer wieder, ist dramatisch. Es geht um das Spielen an Bahngleisen. Das ist ja oft so ein Mutproben-Ding unter Jugendlichen. Aber manchmal machen das eben auch schon die Kleinsten. In diesem Fall sieben und neun Jahre alt. Und dann gab es so einen Lichtbogen, so einen schweren Stumpenschlag, ganz gefährlich und da kann eben viel passieren. Ja, also große Warnung noch mal an dieser Stelle. Und hier gab es heute entscheidend Neues. Über Ländergrenzen hinweg ist es jetzt anscheinend gelungen, einen besonders brutalen Raubmord aufzuklären. Das war ein Fall, der in Bayern für große Aufregung gesorgt hat. Zwei ältere Menschen wurden damals getötet. Die waren zu Besuch bei einer Freundin auf einem Hof. Und jetzt hat eine kleine DNA-Spur die ganze Sache einen großen Schritt weitergebracht und zu einem Verdächtigen geführt und damit dann zu einer ganzen Bande. Folgende Situation. Stellen Sie sich mal vor, Sie fahren über die Autobahn und Ihnen kommt auf Ihrer Spur ein Flugzeug entgegen. Gut, das sind die Geisterfahrer, mit denen man doch eher selten rechnen muss. Aber sowas kommt vor, dass es zu Notlandungen kommt auf der Autobahn. Aktuelles Beispiel diesmal bei Barcelona. Und auch in Deutschland hat es solche Fälle schon gegeben. Also letzter Auswegstraße. Für die Piloten oft die letzte Chance mit großen Risiken für alle Beteiligten. Diesmal war es allerdings ganz erstaunliche Maßarbeit. Kann man verstehen nach diesem Erlebnis. Wir haben jetzt noch mal Nachrichten. Und da sind wir im Landkreis Schwebeschall. Da sind viele Tiere bei einem Feuer verendet. Und jetzt geht es um die Frage, wie es überhaupt zu diesem Brand kommen konnte. Und dann ist es ein trauriges Jubiläum, auf das wir heute schauen. 15 Jahre ist es jetzt her, dass am Erfurter Gutenberg-Gymnasium der 19-jährige Robert Steinhäuser schwer bewaffnet in diese Schule läuft und dort 16 Menschen erschießt aus Rache und Hass auf Lehrer. So wird das später erklärt. Zuvor war Robert Steinhäuser nämlich von der Schule geflogen, wegen gefälschter Krankschreibungen und schlechter Leistung. Was hat dieser Amoklauf an Schulen verändert? Was läuft heute anders an Schulen, aber auch bei der Polizei? 15 Jahre danach ist dieser erste schwere Amoklauf an einer deutschen Schule noch bei vielen in Erinnerung wieder Beginn von etwas Neuem. Ja, und da sind wir. Stellen Sie sich vor, Bob Dylan ist wieder aufgetaucht. Und wir können es kaum glauben, wo in Schweden. Ja, der zögerliche Nobelpreis-Gewinner, manche nennen ihn ja sogar schon das Phantom, ist nach Schweden gekommen und hat sich angeblich sogar mit dem Nobelpreiskomitee getroffen. Allerdings hat das fast keiner gesehen. Er hat auch ein Konzert gegeben, also zumindest glauben viele, dass das war. Er hat allerdings nichts gesagt, also zum Nobelpreis nicht und auch sonst nicht viel. Mysterium Dölen. Wir sind gespannt, wie all das noch so weitergeht. Ja, spannender Typ. Gefühlt sind ja ganze Generationen mit den Schlümpfen groß geworden. Und die sind jetzt wieder da. Im Kino aktuell diese kleinen, knubbeligen Wesen mit den weißen Strumpfhosen, den blauen Bäuchen und den ach so menschlichen Eigenschaften. Der eine ist doof, der andere müde und der andere Streber. Ja, und dann verschlumpfen die ja immer alles. Das ist inhaltlich für Eltern, die versuchen, ihren Kindern das Sprechen beizubringen, ein bisschen schwierig, aber es lohnt sich offen zu bleiben, allein wegen der tollen Stimmen. Diese schlumpfigen Schlümpfe werden nämlich verschlumpft von großartigen Schauspielern. Hallihallo, ist das alles schlumpfig, schön. Dann haben wir jetzt noch einen ganz originellen Weltrekord für alle, die Musik mögen oder einfach nur durchgeknallte Ideen. In Kanada spielt dieser Rekord. Da plant nämlich eine Kneipe, den Wahnsinnsrekord zu brechen. Und zwar das längste Konzert aller Zeiten soll gespielt werden. Es gibt da ganz strenge Regeln. Und zwar 16 Tage muss Musik gespielt werden. Und es müssen immer mindestens 10 Besucher anwesend sein. Und bitte schön wach und irgendwie bei Bewusstsein. Das ist bestimmt musikalisch nicht immer nur so schön, aber sehr lustig. Und noch läuft diese Nummer und alle sind ganz heiß auf den Titel, klar. Wir wünschen gut Oropax und viel Kaffee. Was macht man, wenn sich ganz Europa besorgt, fragt, was gerade mit den Briten und ihrem Brexit los ist? Ganz einfach, man schickt die schönste Visitenkarte los, die so ein Königreich hat. Bitte schön, das sind natürlich die Royals. Prinz Charles, hier gerade mit Camilla, ist aktuell auf Kuschelkurs in Europa unterwegs, eben gerade in Italien. Und da war die Herzenswärme des Thronfolgers gefragt. Und der Prinz blieb nichts schuldig. Schmerz beim Zuhören. So, für den österlichen Beitrag bei uns in der Sendung ist heute Heinz Hönig zuständig. Der Schauspieler ist ja sonst eher als der harte Typ bekannt. Zumindest spielt er eher die coolen Jungs in seinen Rollen. Aber wir freuen uns ja immer, wenn wir auch mal eine andere Seite von so bekannten Schauspielern zeigen können. Und bei Heinz Hönig hat es mit Ostereiern bemalen und einer speziellen Osterkunst, will ich mal sagen, zu tun. Das ist ja oft der Zeitpunkt, wo man so merkt bei sich, dass Übung nicht immer einen Meister macht beim Ostereiermalen. Doch hier geht es auch um eine gute Sache, ein Projekt, das er unterstützt. Und das wollen wir unbedingt lobend erwähnen. Aber jetzt sehen wir uns erstmal die gesammelten Werke an. Vielleicht sind sie nicht unbedingt schön, aber selten. Wir konnten die sensible Bastelseite von Heinz Hönig gern lernen. Das ist auch mal was Schönes. Das war es fürs Erste von uns an diesem Montag. Morgen sehr gern mehr. Und jetzt folgt Alexander Bommes. Der hat sicherlich seine Ostereier noch nicht beisammen, aber seine Quizkandidaten. Viel Spaß jetzt mit gefragt, gejagt. Und wir gern morgen wieder. 17.10 Uhr. Wir lernen noch die neue Zeit. 17.10 Uhr. Morgen wieder. Schönen Abend. Tschüss.